So, ich wollte schon sagen. Na, erstmal was essen. Jo, muss ich auch gleich gucken. So, ich weiß jetzt, dein letztes Teil kann ich währenddrehen. So. Ihr da! Ich erinnere, meine Freunde und ich haben diese Höhlen als eine Art provisorische... Mein Sohn Atta war aber einer derjenigen, die ich... Oh nein, mein Köstling ist voll geschehen. Nein. Ich würde hier gerne mit den hier aus mal reden und die Quash unternehmen. Ich muss die Höhlen als eine Art provisorische. Ich muss die Höhlen als eine Art provisorische. Ich kann sie trotzdem mit annehmen. Ja. Meine Freundin. Ja, mein Schöne. Nein, nein. Ja, das war noch zwei Drecks. Ja, da war ich schon mal, da war ich schon ewig, da war ich immer noch Veteran, weil wir ganz genau nicht. Ja, das ist voll immer am Abfall, da stand der eine bestimmt ein Milliliter davor und ist noch verrecken. Ja, da ist immer wenn sie verrecken, stehen die auf und laufen, wirklich nach der Nacht, das ist ja bei Freien so nicht hier. Also immer beim Boss bleiben. Ja. Was heißt immer beim Boss? Ich tank den ja dann immer bei mir. So, den muss man nicht so mitreden. Okay, das geht ja auch auf Heim. Das ist ein Achtungspiel, kein Projekt, wenn man so überwacht wird. Ja, genau. es ist mir kommen einfach rein dabei weil der Boss kommt, der macht nichts. Jetzt kommt man durch. Ich weiß es nicht. Das Erwarten verloren. Ja. Heilige Göttliche. Schaut euch die Größe von diesem Ding ein. Ja. Ich bin jetzt ganz weit weg. Alter, das macht halt nicht raus, was du Boden hättest. Ja. Nein, der macht noch die Ausbildung. Das ist mir nämlich mal passiert, da bin ich reingeschaut. Und dann stand ich da auch vor, weil ich halt zieht. Ich war auch trotzdem noch ein bisschen. Ich bin jetzt los. Ich bin jetzt los. Ich bin jetzt los. der blutunwand und jetzt ein ganz das erklärt es vampir ihr denkt sie wissen womit sie es zu tun haben wenn nicht steht ihnen eine schmerzhafte lektion bevor die die geheimnisse der das ist der höchste hehehe geil Und dann habe ich ihre Stimme gehört. Es ist vorbei, Praxin. Ihr könnt euch jetzt ausruhen. Also, ich glaube nicht, dass er zuhört. Ihr seid nicht echt nur eine ihrer Illusionen. Ich lasse nicht zu, dass ihr uns aufhaltet. Warum ist nicht je leid? Erlebt meinen Eintraum. Versteht ihr es jetzt? Äh, die Ad-Style kann ich nicht. Ich weiß, ich bin nicht auf dem, ja. Der kann erst angetriffen werden, wenn die Ad-Style ist. Also, jetzt. Nein, nein, da kommt noch mehr. Stau. Der bestört viermal Ad-Style. Das kann ich nicht. Ich habe sie nicht. Nein, ich habe sie nicht. Der kommt nach seinem Heimklang. Nein, der kommt daher. Äh, nein, da kommt der jetzt nicht los. Den Groswirtmaier, das habe ich nicht bewusst. Aber ich dachte nicht, ich würde mich besser machen. Ich könnte mich richtig auflegen. Ja, du kannst. Das war eine Wacke, jetzt so. Das hat immer. Ach was. Ich möchte euch nicht mehr sehen. Verschwindet von hier! Ich werde nicht da rein! Ich kann es nicht! Nein, natürlich nicht! So soll ich, weil, den Bot hast du ja noch nicht gemacht. Nein. Der hat zwei Karten. Einmal komm auf dem Boden zur Rote Strecke. Da musst du dazwischen, um die Karte ausweiten. Wenn du die Karte ausweiten kannst, dann kannst du die Karte ausweiten. Das wird ja manchmal zum Roten Kreis geholfen. Da musst du, da bewegt sich eine Richtung. Du musst in den Kreis bleiben, den Mittelpunkt. Ich dachte, das wird das Rote gehen. Also Rote Strecke. Ja. 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 Und die sind mit denen da hier unten stehen. Oh Ich mach mal Schall, du packst genauer die roten Dinge, wenn ich ihn nicht hab. Kann man jemand ausdauern machen? Ah, ich glaub der weiß nicht. Da ne, warte, finish, finish, finish. Oh, der hat uns greifen drauf. Der sollte. Habt ihr das gehört? Das ging ja. Ja, wenn du weißt wie. Ja, wenn du unseren Kumpel dabei hast wie du. So, das brauchst du. Wie viel hat dein Bogen? Noch einmal, was hat mein Bogen? Wie viel Angriff hat dein Bogen, beziehungsweise ist ein Z-Teil? Das ist ein Z. Ach so, weil ich hab hier einen gelieberen Bogen gekriegt. Er verringert die Rüstung des Ziels um 5 Sekunden hier runter. Nö, ich hab nen Z. Wie kann nicht nur so ein Plan Nein sein? Okay. Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wie kann ich denn 2 Händler machen müssen ja da hab ich die kreis 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 det ich habe hier die ganze Zeit umschreien ja 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 Ja, dann haben wir auch wieder geblieben. Hm, doch ist auch heilig. Ach so, das wurde es heilig. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. 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 Wollen wir weiterlaufen, dann würde ich gar nicht loslassen. Mann, trefft der schon an. Oh, na ja, sendlich. Ja, Mann, weil er angreift schon. Ja, gib, ey, Mann, so ein Volker. Weil er einfach schon vorläuft, läuft. Dummer, Lappen. Bleib hier jetzt. Och, Alter. Ja, komm, geh einfach weg mit ihm. Ne, der läuft da durch. Geh mal durch. Geht's an. Ah, lol. Ja, ich bin nicht. Jetzt bin ich für langsam toll. Genau. Nein. Okay, bitte. Fynn muss er hier sterben. Oh, ich kann mich da drauf. Ja. Nicht heilen, das ist nicht das. Ne. Dürg ist das denn. Oh, Gott. da 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 Der Ball ist wieder da. Was ist das? 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 Dann hebt er einmal seine Waffe in die Luft, da müsst ihr wirklich blocken, weil das macht euch bonnisch. Und wenn er die Waffe in die Luft ist, blockt. Okay. Wir sind doch am Leben, nicht wahr? Wir sind ja zu lange in der Phase ist. Let's go! Okay. Let's go! Let's go! Okay. 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 Oh, come on. Floppen! Ah, jetzt heißt es, stand ihm da so. Jo, ich habe es nicht mehr erreicht, als ich das rausgegangen habe. Ich brauche mich nicht einfach. Nice. Die Strahlen sind geil! Was? Ich habe auch eine Lorbeere. Und durch die Willenskraft! Ich habe auch 8 Lorbeeren jetzt. Ich habe die Quest auch, glaube ich, auch noch, oder? Ich habe eine lila, eine Axt gerecht. Und eine Lorbeere habe ich gekriegt. Schön, jetzt kannst du mal was von Söldner herstellen. Extra für dich. Nice. Fertigkeitsbrot. Na, na wieso denn? Du brauchst doch mehr wie ich. Damit es zu spät ist. Ich kann sie aber nicht nehmen, weil die nicht wohnen kann. Die sind gebunden, das ist doch schon wieder doof. Erhört meine Gebete. Ja, du, du siehst in deine Frue und baut dir irgendwann mal was zum Söldner. Wenn es zu spät ist. Selbst als ihr meine Frau nahmt, akzeptiert dich es als Schicksal. Aber... Da habe ich schon mal was, was ich, was ich dir sch...